Normalerweise sind Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia ein Herz und eine Seele. Doch wenn es um Mamas Lieblingsfarbe geht, haben die beiden unterschiedliche Meinungen. Daniela liebt Rosa über alles. Die Katze trägt nicht nur leidenschaftlich gerne pinke Klamotten, sondern hat auch die Wohnung in ihrer Lieblingsfarbe gestrichen und mit passenden Accessoires dekoriert, inklusive Sophias Zimmer. Doch das geht der 8-Jährigen mittlerweile gehörig gegen den Strich. Mein größter Albtraum ist wahr geworden, Sophia hasst Rosa, klagt Daniela in der neuen Folge ihrer Sendung Daniela Katzenberger, die am 6. September bei Vox startet. Früher hatte ich eine Prinzessin Lillifee. Jetzt ist sie Eminem. Sie bricht mir mein rosa Herz. Ganz unschuldig ist Daniela daran nicht. Manchmal denke ich, dass ich es mit dem Rosa übertrieben habe, dass es jetzt ein Hass ist, sieht sie ein. Doch das ist nicht die einzige Veränderung im Hause Katzenberger Cordalis. Daniela hat sich von einer Couch-Patatur zur Fitnessmaus entwickelt. Auf Instagram zeigt sie sich so schlank und trainiert wie nie zuvor. Nachdem ich meinen inneren Schweinehund sehr lange versucht habe zu besiegen und diverse Magazin-Cover über mich ergehen lassen musste, die mich immer wieder als fett dargestellt haben, habe ich es endlich geschafft, in eine Routine reinzukommen, erzählt sie stolz. Was sonst noch in ihrem Leben los ist?